A2, Kapitel 3 Braten, to roast Dritte Person Präsenz, brät Dritte Person Präteritum, brät Dritte Person Präsenz, perfekt, gebraten, hat Fallen, to fall Dritte Person Präsenz, fällt Dritte Person Präteritum, viel Dritte Person Präsenz, perfekt, gefallen, ist Einladen, to invite Dritte Person Präsenz, lädt ein Dritte Person Präteritum, lud ein Dritte Person Präsenz, perfekt, eingeladen, hat Schlagen, to hit Dritte Person Präsenz, schlägt Dritte Person Präteritum, schlug Dritte Person Präsenz, perfekt, geschlagen, hat Tragen, to carry, to wear Dritte Person Präsenz, trägt Dritte Person Präteritum, trug Dritte Person Präsenz, perfekt, getragen, hat Wachsen, to grow Dritte Person Präsenz, wächst Dritte Person Präteritum, wuchs Dritte Person Präsenz, perfekt, gewachsen, ist Geschehen, to happen, to ush Dritte Person Präsenz, perfekt, gewaschen, hat Geschehen, to happen, to occur Dritte Person Präsenz, geschieht Dritte Person Präteritum, geschah Dritte Person Präsenz, perfekt, geschehen, ist Vergessen, 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 hat Dritte Person Präteritum, vergaß Dritte Person Präsenz, perfekt, vergessen, hat Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss